Was habt ihr denn gekommen? Was? Hierher? Die Pompa, du in diesem üblen Lokal! Das ist ja doch auch eine üblende Person! Ja, das größte Üblende, aber ich kann's trotzdem nicht sagen! Du prassest, der Woh-Wohlen-Zeit-Minister-Richt! Das muss doch hier nur was wissen und ich, ihr tüchtigster Befeilfragen! König, können wir auch schweigen? Ja, das find ich schade. Ich glaube, ich hab auch schon wieder eine glänzende Idee. Ich liebe meine verrückten Arten. Und dann erkennt mich. Aber zum Glück gibt es ja noch andere Männer, zum Beispiel, oder? Nicht schlecht. Du gehst und suchst die Pompa nur. Ich halte mich besser im Hintergrund. Kein schlechter Idee, die Hintergrund. Besser den als keinen! Na, worauf waren wir denn noch? Verschwinde! Oh, würden die Damen mir ein besonderes Vergnügen machen? Wir sind hier ganz unterholt. Das sind wir vier nicht zu viel. Aber was? Eine Frau kann doch nicht mal zu viel sein. Felix! die Du bist in Frankfurt ges野. der Werner ist ein besonderes Vergnügen. Das ist die S Jerome, wenn ihr es probieren sollt. Was Sie machen, wer solltás? Vielen Dank.